Das Ziffernblatt der Samsung Gear S2 individuell anpassen Gestalten Sie das Ziffernblatt der Gear S2 nach Ihrem Wunsch. Tippen Sie dazu länger auf das Ziffernblatt. Wählen Sie durch Drehen der Lünette oder durch Wischen zuerst ein Basis-Design aus. Tippen Sie dann auf Stylen für Detaileinstellungen. Die Anzahl der Details werden oben angezeigt und bezeichnet. Durch Drehen der Lünette blättern Sie durch die vorhandenen Optionen. Zum nächsten Detail gelangen Sie durch Wischen. Schließen Sie Ihre Auswahl mit OK ab. Das Ziffernblatt können Sie auch in der Samsung Gear App unter Uhrendesigns einrichten. Auch hier wählen Sie zunächst das Basis-Design durch Antippen aus. Über Stylen folgen die weiteren Detaileinstellungen. Wählen Sie hier zum Beispiel unter Komplikation 2 aus, dass statt der Schrittzahl der Alarm angezeigt wird. Mit Speichern schließen Sie die Auswahl ab und das Ziffernblatt auf der Gear S2 wird angepasst. Nun können Sie die Alarmeinstellung direkt auf dem Ziffernblatt starten. Viele weitere Ziffernblatt-Designs finden Sie bei Samsung Gear Apps. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017